Eugen Burhardt Ring 2, Runde 1 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ihr Süddeutscher Meister Eugen Dahinten. Vielen Dank. Ring frei, Runde 2. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für den VWC Eugen Burhardt, geboren 24.02.1987. Er ist mehrfacher deutscher Meister, neunter der Weltmeisterschaften. Eugen Burhardt hat 202 Kämpfe bestritten, 142 Siege. Eugen Burhardt. Ring 2, Runde 3. Schritt zurück. Hurra. Gut. 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 Applaus Richtig. Richtig. Hey, wir sind engerstanden! Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Der ist doch auch zu viel. Ja, schön, sauber. Ja, schön, sauber. Und hier das Urteil. Das Kampfgericht entscheidet sie dann am Hutten der Kämpfer aus der blauen Ecke. Das Kampfgericht entscheidet sie dann am Hutten der Kämpfer aus der blauen Ecke. Das Kampfgericht entscheidet sie dann am Hutten.